moin moin und herzlich willkommen hier zu super animal royal leider leider eine stinknormale runde es gibt im moment kein events ach schade aber auch ach schade aber auch so mache maschinen scharfschützen kills und smg kills gucken wir mal ob wir das hinkriegen töte innerhalb von zehn sekunden nach landung vielleicht schaffen wir das ich weiß es nicht sogar feil ist pilze pilze essen sollten wir hinkriegen 250 direkt na gut wir machen jetzt einfach mal eine stinknormale langweilige runde und werden wir jemals ein hase besitzen ich meine ich könnte die ganze zeit tiere wechseln ist ja nicht so dass ich die ganze zeit ein fuchs bleiben muss na gut wir sehen uns in the game is ready to go wir könnten ja wieder mal versuchen das geheime labor zu finden hier in der pyramid wo wir in die zone seien wissen wir nicht kommen wir da abspringen fallen da ist eine kiste zum beispiel da nur so ein blödes gewehrleiter ja komm muss man jetzt mal warm spieler kennt so neue runde neues glück am besten wieder wo eine kiste ist oder hier maschinengewehr bin ich letzter alle guten runden sind drauf soll das waren ja zwei aufwärmrunden und die zählen ja gar nicht mein hey folge geht ja erst zwei minuten also mein name ist hobbelhase und wir sehen heute hier und haben uns hier versammelt kiste tack oh yeah oh ne level 3 ja ok wo ist die zone existieren doch jetzt existierte wie war das auf ihnen erhöht die bewegungsgeschwindigkeit und stinktier gas und stinktier bomben ok ich bin ja mittendrin dann ist ja alles fein jetzt müssen wir nur halb munition sammeln geilere sachen und klebeband und so mist wir wollen nicht einmal getroffen okay hier ist klebeband habe ich drei gemacht ich frage mich was das hier ist panzer tape granaten schenkt hier ok das ist ein gürtel weil auch mal ein paar auch so mal ein bisschen lernen was die einzelnen sachen alle sind und schlinde brauchen wir jetzt nicht unbedingt jawoll nochmal nachladen nummer vier da oben war auch einer jawoll nochmal nachladen wie gesagt ich glaube oben hier war auch noch irgendwas wo sein wo sein ok mal eben jawoll mal eben kleben nice auf dem mal eben nach nachladen ich habe sieben kills mit den oliver ja ich muss in Deckung erstmal was trinken oh man die Zone kommt ok wie viel habe ich denn noch ja ich lebe auch noch so alle Waffen nachladen scheiße nachladen habe ich noch zum reparieren ne habe ich nicht mehr aber jetzt sind die denn alle Doppelpistolen da ja 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 Shit, shit, shit Shit, 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 shit Nein, ach schade Schade, aber ich habe 8 Kills gemacht Ah Ich bin 2. Platz Und wir haben eine Blümchen unter Hose gekriegt War ich schon mal so gut? Verdammt, schade Mal gucken, was wir gekriegt haben Anpassen Eine Schwimmhose Würde ja gut dazu aufpassen, ne? Kann man beides anhaben? Ne Leider nicht Leider nicht Meilensteine haben wir gar nichts, ne? Na gut, nächste Runde Es geht los, meine Damen und Herren Es geht los Oh, der hat so einen Fuchsregenschirm, ist ja auch nice Da haben wir eine Kiste Und da haben wir auch schon unser erstes Opfer Jawoll Jawoll Leider kann man keine Doppelwaffe daraus machen Einmal was trinken Direkt 2 Kills Ja, ich muss nachlachen Machst du nix, ne? Runde Nummer 5 Also wir hatten Kacke, Kacke, Gut Kacke Und jetzt rein theoretisch wieder Kacke Rein theoretisch müsste die jetzt wieder Kacke werden Nicht mit mir, Junge Haha Direkt weggeballert So, mal gucken, wofür dies ist Ach Das hab ich doch Kacke Aber wieder 2 Kills Na gut Heute mal eine kurze Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wir haben 5 Runden gemacht Die goldene Mitte war die beste Runde Platz 2 Wir sehen uns Haus rein Tschüss Schöne 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 Schöne